Ich freue mich sehr, dass mein Team heute in meinem Aufruf gefolgt ist. Wir packen heute Geschenke ein für die Schulkinder der Friedrich-Liebert-Grundschule, 1. bis 3. Klasse und die haben uns einen Wunschschettel geschrieben. Wir packen heute ein und da wollen wir ihnen was Schönes schenken, was Gutes tut. Ja, ich finde es super, dass wir uns hier so toll engagieren. Das Verpacken macht auch richtig Spaß. Wir haben uns da gegenseitig übertroffen mit verschiedenen kreativen Sachen, also ich finde es spitze. Ich finde es sehr schön, weil man auch mit kleinen Geschen zeigen kann, wie wir uns hier für die Region engagieren und dass man in Kinderaugen Freude trinken kann. Wir haben passend zur Vorweihnachtszeit 120 Geschenke gepackt. Wir, die Mitarbeitenden der Stadtwerke Karlsruhe. Das hat vor allem den Grund, wir wollen die Kids motivieren, weiterhin dran zu bleiben, an dem Thema Energie sparen. Das machen sie schon sehr, sehr gut. Wir haben heute unseren Oscar dabei, unser Maskottchen. Und gemeinsam mit dem Oscar werden wir die Geschenke heute verteilen und ich bin gespannt und freue mich auf die Reaktion von den Kindern. Also das ist ein städtisches Unternehmen, wie die Stadtwerke Karlsruhe, so etwas aufgreifen und dann damit verbinden, dass man Bürger dazu bringt, Energie zu sparen und vielleicht auch etwas Gutes zu tun. Und das dann eventuell uns zugutekommt oder beziehungsweise den Kindern. Das ist einfach eine tolle Idee und hervorragend. Daher Karlsruhe macht's. Wir machen mit. Danke. 3 4 5 5 7 7 10